Okay, jetzt stellt sich die Qualität so ein, wie mein Internet ist. Das heißt 360p. Also Handy geht einigermaßen, aber warte, ich mach mal Minecraft, lass mal gucken, was ich dann hab. Minecraft, oh Gott, diese Hütze geholt, oh Gott, das könnte besser sein. Ja, das geht doch. Bist du gerade im Stream, oder? Ja, ja. Oder dann mach ich mal bei OBS Eclipser. Das sollte vielleicht mein... Ach, mein Kopf, das Audio ist was. Ja, das geht eigentlich schon. Ich meine, man kann ja alles erkennen, ne? Ja, häng halt. Hallo? Hä? Achso, bin ich, bin ich konneto? Oh nein, Pashto Talk, warte. Das ist... Pashto Talk ist scheiße. Okay, ist da. Okay. Ah, das ist schon. Ja, perfekt. Okay. Okay. Komm, 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 komm. Oh, kacchan, wenn ich die Lippe bin, ich kann es. Sorry. Sorry, ich kann es weg. auf jeden Fall GM, GM fehlt immer das könnte man auch machen ich muss noch gucken dafür dass 93% der Frames einfach weg sind das ist glaube ich alles gut also ich glaube einen Vault Manager könnte man ja auch herein machen mache ich einfach den ich das ist das ist und auch jetzt jetzt schädig es falsch gemacht die grünen Okay, so. 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 Okay, so.